Ok, starten wir vom Bietschhorn, rüber zum Weisshorn, hoher Brüff, zum Mesa Zybrig, die haben jetzt eine fantastische Pulverschnee abgeführt. Kylian, Trafaela. Zeig uns gleich vor, wie man es macht. Ein Traum. Schön. Wunderschön. Herrlich. Ein Traum. Ein Traum, wirklich. Ja, da kommt ja die Schülle in den Weltmeister. Sag nicht, bin ich noch mal niedergekriegt? Herrlich. Die Schülle ist gerade geflogen. Gerade der Moment, wenn ich sehe, die Schülle kommt ja noch super. Ja, super. Herrlich. Hey, ich will jetzt hangen, he? Wunderschön. Thailand ist doch super. Ja, das ist doch nicht gut, he. Oh, die ist doch was sicher. Ich wollte ja nie wieder aber auch Schülle haben lernen. Ich muss ein bisschen halten, das ist doch wiederqueriges destinativen Zürgen. Das ist doch schön. Und weißt du was? Das ist ein Brausmeere. Der Schuhgeister ist schon einmal besser. Jetzt geht es gleich ein Ringer, oder? Du meintest, wir machen 100 Meter Abfahr. Effektiv. Ich meine, wir gehen in die Spur. Was soll ich da? Fantastisch. Wunderschön. Schön. Bravo. Wir müssen nächstes Jahr Das ist schön. Herrlich. Ja.